Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA Online, zusammen mit Steven. Hallo. Und wir spielen seit langer Zeit mal wieder ein Deathmatch, aber leider sind wir nicht mal im Team hier. Wir spielen hier in einem 40 gegen 3, glaube ich gerade. Ja. Und ich und Steven sind verfeindet. Leider keine Team. Ja, und ich habe schon mal dein Team auseinandergenommen. Und ich habe dich auseinandergenommen. So, Alter. So gehört es sich. Ziemlich, finde ich. Au, wir haben uns gegenseitig. Nein, unterstützter Kill. Und ich habe aber einen von euch. Wir wart es da gerade alle drei am Fleck. Ja, ich war es auf jeden Fall nicht. Alter. Achso, du bist nicht gestorben. Ich dachte, wir haben uns wieder gegenseitig. Da bist du. Nein, Mann, du hast mich wiedergekillt. Komm schon. Ihr könnt aber, nein, ich sage es lieber nicht. Ich spreche es nicht aus. Vergiss es. Ja, habe einen. Ich weiß, dass du meins von hinten anschleichen. Ja. Scheiße. Jawohl. Tja. Habe der Mates. Ich habe dich. Ich habe mit der Wärmelichter Wärmewilder. Ach, du cheatest, Alter. Hä, wieso, wenn ich das auf meinem Schausschützengewehr habe? Chill, chill, chill. Das war nicht Spaß. Hä? Das ist für ein Neugier, dass man Sachen auf andere Spiele kriegt. So wie wetten. Ich habe gerade 100 Euro auf. Nee, das gibt schon länger. Alter, das war gerade richtig scheiße für mich. Aber jetzt. Yeah, oh nein. Du von hinten. Jetzt war es anders, Alter. Ja, ja, hab dich, hab dich. Geil, geil, geil. Hä? Einer von uns macht ja gar nichts. Ich weiß. Das ist einfach ein 4 gegen 2. Das ist so scheiße. Aber bei uns macht auch einer was nichts. Ja, aber bei euch macht ein 3 gegen 2 relativ. Nein, nein, nein. Alter, ich muss so lange. Ich habe das ganze Team auseinandergenommen. Und noch mehr. Es ist ein 3 gegen 2, Steven, irgendwie. Es tut mir auch leid, dass... Ich würde von mir aus sogar zu dritt sein, aber mit dir auch gerne im Team. Von mir aus auch ohne dich, aber... Jetzt ist es halt so. Ich habe mich irgendwie doppelt. Komisch. Ein bisschen auch doppelt gemacht. Ist aber auch irgendwie nicht immer. Nur manchmal so ein bisschen. Spannung steckt. Eine Minute noch. Zwei Kills Unterschied. Ich will jetzt 3 draus machen. Ja. Jawohl, Steven. Dann bringen die 12 Kills. Kills ist auch nichts, wenn ich in seine Reif. Ja, das war's. Game over. Game over. Hey, der Typ, der AFK ist. Geh, bei euch. Den sehe ich gerade. Den kill ich doch gleich. Nein, das ist euer Typ. Euer Typ kommt dazwischen. Ich will den noch killen. Ich will den noch killen. Nein, einen Typ habe ich mit einem Raketenwerfer weggefetzt. Nein, ich war gerade an ihm, aber habe ihn nicht gekillt. Wertvollster Spieler warst du, bist du. Ja. Ich sehe es gerade. Easy. Also Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. So Leute, Runde Nummer 2. Und ja, das wird wohl eine Runde sein, wo... Eine Folge, meine ich. Wo wir nur Gegner sind mit Steven. Denn wir sind wieder im gegnerischen Team. Ja, extra. Nee, ist natürlich nicht extra, aber was soll's. Ist halt extra so. Äh, fast glaube ich. Ist halt extra. Ich mag mich halt, ich weiß. Ja, ja. Äh, ist halt jetzt so. Kann man nichts ändern. Ähm, wir machen es jetzt einfach so. Ist ja auch was, äh, so, äh, special von Ding. Nur als Gegner. Nächstes Mal, sage ich euch, werden wir sicher auch mal im Team sein. Und es steht immer noch 0-0. Hoffentlich werde ich wie die letzte, äh, beste Spieler wertvoll. Diesmal ist es auch ausgeglichen. Aber vielleicht sind ja wieder AFK-Leute dabei. Das wissen wir halt noch nicht. Komm schon. Ja. Mann. Einer ist AFK. Ich hab dich halt kurz davor. Nein. Stimmt, sowas gibt's ja auch noch. Sowas gibt's ja auch noch. Seid ihr auch nur zu zweit? Bei euch ist es glaube ich auch einer AFK, ne? Sieht so aus, ja. Alter, irgendwie komisch. Immer dieser AFK-Leute. Du kleiner Piss, Alter. Ja, hab da ihn. Ich wette, der andere schlägt sich gleich dran. Oder sowas. Du, Alter. Du liegst voll weit vorne gegen mich. Was du kannst, kann ich austebeln. Und das Ding ist, ob du triffst, ist die andere Frage. Ja. Ja, aber erst nach der dritten Rakete. Ja, aber erst nach der dritten Rakete. Kurz nachdem du's gesagt hast. Nein, ich hab gerade falsche Taste gedrückt. Ich wollte gerade auf dich zielen, hab auch so in meine Waffe ausgewählt. Jawohl, Alter. Okay, serie. Dein der Vorschuss. War mir so klar. Ich wusste es. Was wusstest du? Nein, ich wollte gerade meine Shot gewinnt, weißt? Nein, der ist da. Alter. Jawohl. Ja. Ja, ja, das hast du. Alter, ich bin ganz orange. Gut, nicht so heftig. Junge, ich hatte so wenig Leben. Ach, jetzt bewegt sich euer andere. Ja, Mann. Nein, ich wollte gerade mit dem Raketenwehr verschießen. 21, 21. Soll ich gut Selbstmod machen, damit unser einer Kill weggeht? Wieso? Was für ein Kill denn? Ja, weil ich hab einen Kill gemacht. Wenn ich Selbstmod mache, verschwindet der Kill. Ja, und wieso willst du das machen? Ich weiß, dass du scheiße erlaubst. Damit ihr einen Punkt kriegt. Ja, wahrscheinlich, Alter. Warum solltest du das machen? Und? Verlierer, hä? Gewonnen. Es stand unentschieden. Ich hab keine Ahnung, wieso. Aber, zweite Runde auch, du. Alter. Vor allem, ich bin gerade auf den Zug gelaufen. Sagen wir mal, drei Sekunden länger und wir hätten gewonnen, weil ich bin gerade zu dem hingelaufen, der bei euch AFK steht. Let's go. Oh, ich verstehe auch nicht, warum die ganze Zeit AFK waren, die Leute. Egal. Wie wird das gewertet, aber? Keine Ahnung. Vorhin, vorhin hast du mich getötet, letzter Kill und wir haben gewonnen. Ja, egal. Auf jeden Fall, ja. Das war's dann mit dieser Folge. Nächstes Mal hoffe ich doch, dass wir mal wieder im Team sind oder so. Auf jeden Fall, Leute. Das war's dann mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal und... Ciao! 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 Ciao!